Ist Bravely Default 2 wirklich so ein harter Brocken, wie viele behaupten? Finden wir es heraus. In Bravely Default 2 steuert der Spieler eine neue Generation an Helden in einer fremden Welt, um diese vor dem Untergang zu bewahren. Einer dieser Helden ist Seth, oder wie auch immer ihr ihn nennen wollt. Dieser wird nach einem Schiff zum Glück als einziger Überlebender an Land gespielt. Dort findet ihn Prinzessin Gloria, die sein Schicksal für immer verändern wird. Denn die einstige Thron-Erwin des zerstörten Musas hat sich auf die Fahne geschrieben, die vier Kristalle zurückzuerlangen und die Welt vor einem schlimmen Unheil zu bewahren. Zum Glück ist der Windkristall bereits in ihrem Gesitz. Doch dann wird sie entführt und Seth sowie der gelehrte Elvis und die Söldnerin Adele eilen ihr zur Hilfe. Kurz darauf beginnt das große Abenteuer voller Intrigen, Herausforderungen und neuen Freund und Feindschaften. Diese Geschichte ist wahrlich kein erzählerisches Meisterwerk und plätschert häufig nur vor sich hin. Zwar sind die Probleme der Länder durchaus ernst, doch viele Ereignisse sind absolut vorhersehbar. Das ist aber nicht unbedingt etwas Schlechtes. Jedoch immer dann, wenn die Geschichte so richtig mitreißend wird und man unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht, muss man zunächst einen Dungeon durchstreifen und einen Boss besiegen. Diese sind eine echte Herausforderung und können teilweise auch überlevelte Partys beim kleinsten Fehler in einer Runde auslöschen. Und das unabhängig vom Schwierigkeitsgrad. Eine Teilschuld trägt hier sicherlich das Kampfsystem. Denn anstatt klassisch rundenbasiert mit einer vorgegebenen Reihenfolge ist es jetzt ein Attack Time Battle System, welches aus Final Fantasy bekannt ist. Auf Deutsch heißt das, dass ein Charakter am Zug ist, sobald sein Balken voll ist. Wann dies der Fall ist, entscheidet seine klassenabhängige Geschwindigkeit. So kann es passieren, dass euch kurz vor dem Zug des Heilers ein Gegner komplett niedermäht, oder aber der Boss macht sich das Brave und Default System zunutze und lässt vier mächtige Angriffe auf euch niederregnen. Dieses könnt ihr natürlich auch selbst nutzen. Bei Brave nehmt ihr bis zu drei Züge vorweg und könnt insgesamt viermal angreifen. Allerdings stehen eure Charaktere anschließend drei Runden hilflos herum. Im Gegensatz dazu können dank die Vollzüge aufgespart werden. Dann nimmt der Charakter eine defensive Haltung an und wartet ab. So lassen sich mächtige Kombo-Attacken mit Spezialfähigkeiten kombinieren. Welche Attacken ihr verwenden könnt, hängt von der Klasse ab. Von diesen gibt es jede Menge, die nach und nach durch das Erhalten eines Asterix freigeschaltet werden. Diese bekommt ihr nach einem Bossfight gegen den jeweiligen Besitzer. Dazu gibt es die Klasse Freiberufler, die ebenfalls ihre eigenen Vorzüge hat. Genau wie die Charaktere können die Klassen gelevelt werden, allerdings nur bis Level 12. Und hier kommen wir zu dem Punkt, warum die Niederlage bei einem Boss besonders frustrierend ist. Bemerkt man in diesem Moment, dass die gewillten Klassen nicht richtig sind, heißt es, andere Klassen nehmen und gegebenenfalls leveln. Also wird erst einmal gegrindet, doch das geht nicht mehr so gut wie im Vorgänger. Denn Monsterketten entstehen jetzt durch nahe Monstergruppen auf der Karte oder können durch den Verzehr bestimmter Nahrung bei einem gewissen Typ von Gegner erhöht werden. Außerdem gibt es keine Zufallskämpfe mehr und die Kampfhäufigkeit lässt sich auch nicht mehr einstellen. Ich persönlich finde das schade, da die Suche nach der letzten Schatztruhe ohne Gegner deutlich angenehmer wäre. Abseits der Hauptstory gibt es jede Menge Nebenmissionen. Diese bestehen aus den klassischen Aufgaben wie das Töten von Monstern, Sammeln von bestimmten Gegenständen oder das Aussuchen eines NPCs. Ab und zu gibt es auch vertonte Quads, die sowohl die Teamcharaktere als auch wichtige Charaktere in den Gebieten näher bringen. Leider sind diese die Ausnahme, ansonsten ist eben viel Masse und wenig Klasse dabei. Kommen wir zur Präsentation. Der Grafikstil ist sehr eigen und in meinen Augen ist die Kantenglättung nicht wirklich gelungen. Mag das Spiel in den eher staatlichen Städten noch gut aussehen, zeigt es auf der Weltkarte besonders in Sequenzen so seine Grenzen. Hin und wieder kommt es außerdem zu kleinen Frame-Einbrüchen auf der Karte, sobald Monster erscheinen. Musikalisch wurde die richtige Entscheidung mit Reso getroffen, der bereits den Soundtrack des ersten Spiels lieferte. Erneut sind viele gelungene Stücke dabei, die ins Ohr gehen. Leider wiederholen sich die Lieder in den Dungeons viel zu schnell und ich wurde ihnen ein wenig überdrüssig. Anders ist das bei der englischen Sprachausgabe, die ich sehr gelungen finde. Wahlweise könnt ihr aber auch auf Japanisch stellen. Und jetzt komme ich zurück zur eingangs gestellten Frage. Ich bin der Meinung, dass ihr euch Brave The Default 2 nur holen solltet, wenn ihr gerne viele Kämpfe bestreitet und bereit für einen hohen Schwierigkeitsgrad seid. Ansonsten erwartet euch noch mehr Frust als mir. Denn ehrlich gesagt hatte ich teilweise durchaus mit dem Spiel zu kämpfen und anscheinend erging es da nicht nur mir so. Und so bleibt Brave The Default 2 ein Titel, der sein volles Potential leider nicht ausschöpfen konnte. Werdet ihr es euch trotzdem holen? Bis bald, euer Matthias. ... Vielen Dank.